Willkommen im wunderschönen Wetzweil. Heute zeige ich euch hier hinter mir eine traumhaft schöne dreieinhalb Zimmerwohnung im zweiten Stock, die alle ihre Träume erfüllen wird. Schauen wir mal. Wenn ihr seht, ist die Wohnung mega toll unterteilt. Ein grosszügiger Eingangsbereich mit Einbauschränk, zwei grosszügige Zimmer, ein wunderbar offener Wohn- und Essbereich mit Durchgang der Küche. Was will man noch mehr? Während wir jetzt alles anschauen, gehe ich direkt auf den Balkon und geniessen. Viel Spass! Ich fasse noch mal schnell zusammen für euch. Wir haben hier eine dreieinhalb Zimmer Wohnung mit über 100 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben eine Schmine. Wir haben einen Parkplatz mit einem grossen Hobbyraum plus einen Keller dazu. Was will man noch mehr? Wenn das auch sein Restlos überzogen hat, rufen Sie mir an. John Keifer von der EMAX Immobilia. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.